Trotz sinkenden Märkten, Flash Crash, Kriegsangst, Rezessionsangst, Bitcoin um 31% outperformed? Wie wir das mit unserer Showposition geschafft haben oder über 18.000 Dollar Überrendite über drei Monate in dieser Marktlage erzielt haben? Wie der aktuelle Stand der Showposition ausschaut, wie wir jetzt positioniert sind, das zeige ich dir in diesem Video. Ja, viele da draussen auf YouTube, die erzählen ja irgendwas, wie sie anscheinend vielleicht eventuell Gewinne erzielen und so weiter und so fort. Wir wollen unsere Strategie hier auch öffentlich zeigen, damit wir auch dir ganz klar den Beweis zeigen, wie wir investiert sind, dass wir investiert sind und wie unsere Positionen respektive unsere Strategien funktionieren. Und genau für das haben wir unsere GmbH Showposition veröffentlicht. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht. Warum heisst die GmbH Showposition? Weil wir über unsere GmbH, über unsere Firma investieren, um hier natürlich auch die Erfahrung, die wir mitnehmen, über das Investieren mit der Firma, unseren Kunden auch mitgeben können, bezüglich zum Beispiel Steuerthemen und so weiter und so fort. Die gleichen Strategien wenden wir auch an für private Investments. Also ich investiere auch privat genau mit dieser Strategie, unsere Kunden logischerweise auch. Und es handelt sich hierbei um unsere Top-Strategie, eine Hebelstrategie Leverage. Wir haben dazu in den letzten Tagen auch ein Hebel-Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, die du dir auch holen kannst. Link findest du unterhalb von diesem Video, in den Show Notes beschrieben. Hol dir diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du auch besser verstehst, was wir hier genau machen. Aber jetzt steigen wir direkt in die Resultate ein. Ja, was siehst du hier? Im Hintengrund ist der Bitcoin-Chart, zwei geschichtete Linien, weiße Linien. Einmal der Start, wenn wir die Position aufgebaut haben. Das war am 9. Juli 2024 mit einem Wrapped Bitcoin, 57.785 Dollar. Hätten wir diesen einen Wrapped Bitcoin, ist ein Derivat von Bitcoin, gleicher Preis, einfach gehalten, zum Beispiel auf dem Hardware Wallet, nichts gemacht damit, dann hätten wir Stand heute 60.366 Dollar pro Wrapped Bitcoin. Das ist der aktuelle Kurs heute, als ich dieses Video aufnehme. Dann hätten wir, unten findest du die Rechnung, 2.581 Dollar oder ungefähr 4,5% vorwärts gemacht an Rendite. Wie gesagt, ich nehme das Video hier am 3. Oktober auf. Das ist der aktuelle Preis. Wenn du das Video siehst, wird sich der Preis wieder verändert haben. Aber im Großen und Ganzen verstehst du einfach, wenn ich gehalten hätte, hätte ich eine kleine, schöne Rendite erzielt. Jetzt nutzen wir unsere Strategie, die Hebelstrategie. Fremdfinanziert hebeln wir unsere Position nach oben. Und das wird dir jetzt hier eingeblendet, das aktuelle Resultat. Was siehst du hier wieder im Hintergrund der Bitcoin-Chart? Links findest du ein Screenshot vom Wallet, was wir wirklich aktuell in der Wallet drin haben. Und da sind Stand heute 75.932 Dollar drin. Wenn wir nun die Rechnung machen, was wir im Wallet drin haben, 75.932 minus unser Anfang Invest, 57.785, haben wir eine Überrendite von rund 18.147 Dollar oder plus 31,4% erzielt in knapp drei Monaten. Ich würde sagen, das ist massiv, gerade in der jetzigen Marktphase auch, wo der Kurs tendenziell nach unten geht. Alle negativ sind, haben wir mit unserer Strategie hier den Markt massiv outperformed. Damit du auch direkt hier live siehst, wie das Wallet aktuell ausschaut, wie wir positioniert sind. Ich mache hier kurz ein Refresh. Jetzt hat sich der Preis wieder leicht verändert. Ja, kannst du jede Sekunde updaten, aber du siehst hier das Wallet. 75.913, wie gesagt, die Zahl ist ein bisschen anders als im Beispiel vorher, weil sich der Kurs in der Zwischenzeit hier wieder ganz leicht verändert hat. Aber du siehst hier, wir haben ungefähr 0,43 Wrapped Bitcoin drin, 39.000 in einem Stablecoin plus nochmal 10.000 im gleichen Stablecoin. Das macht rund 49.000 in einem Stablecoin, also in Cash und 26.000 in Wrapped Bitcoin. Das heisst, wir sind jetzt so positioniert, dass wir uns auf sinkende Kurse fokussieren, damit wir da tiefer, weiter unten mit der Cash-Position die Position hier noch grösser machen können. Wenn du dich jetzt fragst, wo ist jetzt hier der Hebel, der Leverage-Effekt drin, der ist hier unten. Aber dieses Protokoll, das wir hier nutzen, verkauft unsere Hebelposition, unsere Wrapped Bitcoin in einen Stablecoin. Wenn wir in gewisse Levels reinkommen, unsere Position geht nicht weg, sondern der verkauft das automatisch in einen Stablecoin. Das heisst, man ist dann auf sinkende Kurse positioniert. Wenn der Preis wieder nach oben geht, ist man automatisch wieder in Wrapped Bitcoin drin. Das heisst, man ist wieder long positioniert. Und die Position verliert man nicht, wenn man sie richtig auch managt. Das ist kein Hexenwerk, gibt es aber ein paar Dinge, die man beachten muss. Wir nennen das bei uns die sogenannte Hedging-Strategie. Positioniert auf steigende, geleveragete, gehebelte Positionen. Also wenn der Kurs steigt, sind wir gehebelt im Spiel. Gleichzeitig aber auch sind wir abgesichert nach unten, falls der Kurs nach unten geht, dass wir automatisch verkauft werden in einen Stablecoin und dann weiter unten noch mehr Bitcoin nachkaufen können, damit wir dann, wenn der Markt wieder dreht, nach oben massiv im Plus dabei sein können. Und das ist in der jetzigen Marktphase die beste Strategie aus unserer Sicht. Wir hätten es noch ein bisschen besser machen können, indem wir hier die Wrapped Bitcoin-Position hier auch noch mit reingenommen hätten. Aber schlussendlich geht es um das Risikomanagement. Und wie du hier siehst, wir haben ja diese massive Outperformance von über 18.000 Dollar oder 31% trotz der aktuellen Marktphase erzielt. Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, dann hol dir jetzt die Hebelstrategie Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die ist kostenlos. Link dazu findest du unten in den Show Notes. Link dazu findest du unten in den Show Notes. Ciao. Vielen Dank.